Im Herzen des Landkreises Darmstadt-Dieburg liegt die Stadt Rheinheim. Inmitten des Rheinheimer Hügellands am Rande des Odenwaldes bietet die Stadt seinen rund 18.000 Einwohnern einen hohen Wohn- und Freizeitwert. Gute Verkehrsanbindungen ermöglichen eine schnelle Erreichbarkeit der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der Mainmetropole Frankfurt. Die wunderschönen Fachwerkhäuser erinnern an die jahrhundertelange Geschichte. Die große Auswahl an Krabbelstuben, Kindergärten und Horten macht Rheinheim auch für junge Familien äußerst attraktiv. Zusammen mit den umliegenden Stadtteilen verfügt Rheinheim über ein breites Angebot an Schulen und Bildungseinrichtungen. Die Nähe zur Natur sowie zahlreiche Ausflugsziele bieten einen unvergleichlichen Erholungswert. Rheinheim verfügt über eine große Auswahl an Geschäften und Einkaufsmöglichkeiten mit einem ausgewogenen Angebot an regionalen Produkten. Auch hier spürt man die Herzlichkeit der Gemeinde. Mehr als 130 örtliche Vereine bieten eine Vielfalt an Freizeitaktivitäten und ehrenamtlichem Engagement. Die Auswahl an Sportarten scheint in Rheinheim grenzenlos. Zu einer einzigartigen Entdeckungsreise aus der Vogelperspektive lädt der Segelflugplatz am Rande des Rheinheimer Naturschutzgebietes. Das Naturschutzgebiet Rheinheimer Teich lockt Jung und Alt zum Entdecken und Beobachten. Eine durchdachte Stadtplanung sorgt seit Jahrzehnten dafür, dass Rheinheim nicht nur als Wohnort, sondern auch als Wirtschaftsstandort attraktiv ist. Zahlreiche namhafte Unternehmen, aber auch mittelständische Gewerbebetriebe und das Handwerk haben hier ihren Sitz. Neben Freizeit und Spaß hat Rheinheim auch kulturell einiges zu bieten. Heimische Landwirtschaft, Gemeinschaft und Tradition liegt den Rheinheimern besonders am Herzen. In Rheinheim finden Sie alles, was das kulinarische Herz begehrt. Neben zahlreichen regionalen Köstlichkeiten werden auch internationale Gerichte liebevoll zubereitet. Und das in gemütlichem Ambiente. Die eigene Feuerwehr sorgt nicht nur für einen hohen Sicherheitsstandard in Rheinheim und den umliegenden Ortschaften. Das ehrenamtliche Engagement der 145 Einsatzkräfte fördert den gemeinschaftlichen Zusammenhalt bereits im Kindesalter. Die einzigartige Idylle und Herzlichkeit machen Rheinheim zum Anziehungspunkt für Feste der besonderen Art. Auch das schätzen immer mehr junge Familien. Die jungen Generationen genießen eine große Auswahl an Sportarten. In Disziplinen wie zum Beispiel dem Rope Skipping ist Rheinheim regelmäßig auf Wettkämpfen sehr erfolgreich. Rheinheim verfügt über alle wichtigen Einrichtungen des täglichen Lebens und verbindet den städtischen Charakter mit familiärer Wärme und Persönlichkeit. Die Stadt setzt sich erfolgreich für die Bedürfnisse aller Generationen ein. Der foster Einrichtung von Untertitel MDR 2021 Untertitel MDR 2021 Untertitelung des ZDF, 2020